Hallo und willkommen zu dem neuen Replay. Heute habe ich eins von den Top-Spielern. Zack, fängt schon bei Runde 2 an. Ich habe das so gerade eben noch mitbekommen, das Spiel, aber Runde 1 ist noch nicht so viel los. Das sind jetzt Spieler, die beide weit über 400.000 Punkte haben. Also das sind zwei der besten Spieler, die in der Welt existieren. Schriftzeichen, die keiner lesen kann dabei direkt. Und die treten hier gegeneinander an. Wie gesagt, wir haben schon eine Runde. Das sieht zwar aus, ob es weiter wäre, weil der da vorne schon einen Melting Point hat, aber es ist Runde 2. Also die fangen wirklich so ein bisschen Hardcore an mit dicken Dingern. So, bevor es hier losgeht, aber erst nochmal Werbung. Und zwar wird das heutige Video wieder gesponsert von Instant Gaming, den Key Shop. Da kriegt ihr alles für alle möglichen Sachen. Das heißt Konsole, Plattformverschiene, was ihr möchtet. Und da könnt ihr auch vor allem Steam Keys kaufen. Da gibt es die schönsten Dinge bei. Was haben wir denn jetzt gerade? Camp 04 ist wieder im Angebot. Hogwarts gibt es da. Das Sci-Fi, oder wie das ausgesprochen wird. Na gut. Ja, ich bin eh nicht so in den Spielen drin. Und ich darf da nicht fragen, wo haben wir das neue DLC? 24%. Auf jeden Fall habt ihr schöne Schnäppchen hier. Das Spiel zum Film oder andersrum. Je nachdem. Gibt es auch im Angebot. Hier kriegt ihr auf jeden Fall Keys, wo ihr wirklich ganz, ganz gut Geld sparen könnt. Der ist auch begeistert offensichtlich. Ich hoffe, meine Keys tatsächlich auch ehrlich selber darüber, wenn ich noch nicht mit denen zusammenarbeite, weil die wirklich die guten Preise haben. Und ja, einmal Werbung vom Sponsor. So, jetzt sind wir wieder im Spiel. Also, die haben jetzt diese Runde hier vorne einen Arclec dazugekauft und einen Melting Point, was halt sehr gigantisch ist. Aber er hatte hier vorne die Giant-Karte gehabt. Hat sich auch für die Missile-Karte entschieden, was ich sehr überraschend finde, wo man ja echt gute Sachen mit kaputt machen kann. Gegner hat mit Nachschub angefangen. Und jetzt geht es hier vorne. Er hat auch einen neuen Rhino. Das heißt, jetzt aus irgendeinem Grund hat er erwartet, dass dann Rhino kommt, diese Runde. Anders wüsste ich nicht, warum er das jetzt gebaut haben soll. Vielleicht hat er gesagt, dass er damit tanken will gegen die Marksmen. Wir machen wir auf jeden Fall mal los. Also, es ist ja auch so, dass das Ding unglaublich tankier ist. Mit 42.000 Leben kann der ja unendlich viele Schüsse einstecken. Der muss ja 40 Mal schießen. Und er hat sich jetzt für Stormcrawler entschieden, weil er wahrscheinlich auch schon gedacht hat, dass da was tankiges kommt. Also, Fanks kann man damit besiegen. Adler kann man damit besiegen. Arkles kann man damit besiegen. Und natürlich auch dicke Dinger. Normalerweise hätte ich jetzt, also normalerweise würde man auch nicht einen Melting Point erwarten, sondern eher sowas wie Steel Balls zu diesem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, der ist ja sehr tankier. Also, der wird jetzt wirklich jede Menge Schaden einstecken und austeilen. Das kann sicher auch funktionieren. Schauen wir uns das mal an, das Ganze. Ja, und hat ihn jetzt hier perfekt gekontert. Zack, tot. Hat er sehr gut geraten, muss man sagen. Der war ja in der ersten Runde offensichtlich noch nicht auf dem Feld, weil er ja null Schaden, null alles hatte. Also, das hat sich jetzt gut gelohnt. Jetzt sieht man auch, wie der hier die ganzen Schüsse einsteckt, sogar von der Adlerie. Und man muss auch sagen, wenn der überleben sollte, sind das halt 400 Schaden an dem Gegner. Das kann schon viel ausmachen. Ich weiß nicht, wie viele Runden ich mit nur irgendwie unter 100 Leben überlebt habe. Also, 400 frühen Schaden, das sollte man nicht unterschätzen. Ja, das ist alles weggetankt und immer noch auf dem Feld. Auf den meisten Damage gedealt. Man kann jetzt hier immer noch ein paar Schüsse weg tanken. Mal gucken, ob er das auch schafft. Adlerie ist allerdings ein Problem. Die macht halt unglaublich viele Schäden an dem. Schießt aber zurück, die Adlerie. Die kriegt aber nicht den Bus tagen, oder? Nee, die kriegt den nicht. Die schießen links, rechts davon. Zwei Seiben für den einen Crawler. Das kostet ihm jetzt natürlich hier bitter, bitterböse, die 400 Punkte. Wie gesagt, das ist echt nice, wenn der überlebt. Er überlebt das, er überlebt das. Nee. 4er wäre Schaden, wäre echt nice gewesen für den Spieler. Also war die knappe Tüte offensichtlich. Und jetzt hat man aber das Problem, dass man Melting Point hat. Also meine Spielerfahrung ist bisher, dass alles, was ihr länger als eine Runde auf dem Feld habt, vom Gegner irgendwie gekontert wird. Und wenn euer Melting Point gekontert wird, dann werden halt 400 Punkte gekontert. Also 400 Geldpunkte. Oft noch plus eben die 200 fürs Freischalten oder was immer gekostet hat. Also da ist das sehr unangenehm jetzt für den da oben, dass er da Melting Point stehen hat. Und der ist auch noch nicht super tanky, weil er kein Level up hat. Also jetzt hat er sogar einen zweiten geholt. Sehr interessanter Call, weil eben, wie gesagt, wie ich gerade beschrieben habe, der wahrscheinlich jetzt eine Konter aufs Feld bringt für den. Hat sich aber direkt für den zweiten entschieden. Wahrscheinlich wirklich in der Hoffnung, dass sie all den ganzen Schaden weg tanken. Was ich gerade gegen die Atre hier ein sehr spannendes Unterfangen finde. Man sieht auch, dass er das auch spannend findet. Er kauft sich direkt noch eine Artie. Und dem weiß er zwar noch nichts, aber er weiß zumindest von dem da. Und er hat sich offensichtlich die Artie geholt, stellt auch rechts hin, um den damit zu kontern. Also er sieht das auch als Counter dazu. Interessanter Call. Er hat jetzt hier Upgrades vergeben hier unten. Also Beacon. Einheiten verkaufen. Also er hat sich jetzt hier den Rhino verkauft, weil ich einen sehr guten Move fand. Weil er würde nur weggesniped, damit er auflevelt. Warum das Geld dann nicht anders verwenden und dem Gegner weniger XP gegeben. Das hat er sehr schön gemacht, denke ich mal. Und er hat jetzt hier einen Beacon, wahrscheinlich hier vorne, um die strafen zu lassen nach links. Damit die Artie von dem Gegner daneben schießt und die immer wieder Schüsse rausbringen. Wenn die jetzt so da reinlaufen, tut es sich ja weh. Genau, es geht dann nach links hoch. Also wenn die jetzt hier gerade reinlaufen würden, in die Artleits, würden die ja alle sterben. Das ist ja Selbstmord. Artleri und Artleits. Und dann die Aufstellung, in der Formation gerade in die Artie laufen, die zielt auf den und trifft den. Und der schießt die weg. Der konnte nur nach links weglaufen, als andere war Käse. Abgebogen. Ein paar bleiben über. Was ja auch ein guter, das ist ja noch ein Split zusätzlich für die Artleri. Also ein zusätzlicher Split. Ich weiß nicht, was die Absicht war, aber vielleicht hat es sich sogar gelohnt für die Einsalve. Und der strafet jetzt den Raketen. Wir haben jetzt auf die Crawler noch geschossen. Hat da ein Problem mit dem. Jetzt geht es mit dem Sniper drauf. Währenddessen läuft hier links die Action. Also der strafe nach links und dann den Melting Point beschäftigt mit den kleinen Modellen, damit wir die draufhalten können. Das war so ein geiler Move gewesen, der strafe. Das hat ihn wirklich das Gesamte jetzt hier gerettet. Und die Adleri, das ist halt Adleri, die schießt einfach die ganzen Dinger kaputt. Also das lief jetzt für ihn relativ gut. Wobei, es ist wahrscheinlich trotzdem verloren. Das Problem beim Verkaufen ist, man gibt ja den Beacon 100 Punkte aus und man will ja mehrere Einheiten vielleicht rekrutieren. Aber man hat ja sogar eine weniger, auch immer zwei rekrutiert. Also den Rhino verkaufen, hat ihn vielleicht ein bisschen zurückgeworfen. Auch wenn er da nicht mehr gut funktioniert hätte. Aber er wollte einfach querlaufen und er wollte auch den Crawler nicht opfern, deswegen er den Beacon nicht für den Rhino benutzt hat. Alles sehr komplex, dann bräuchte er eigentlich eine Stunde für jede Runde, um darüber zu reden, wenn man alles abhandeln wollte wahrscheinlich. Hier geht die Runden auch ein bisschen zu schnell. Also diese 90 Sekunden Aufbauzeit, ich brauche mehr persönlich, ist mir schon aufgefallen. Aber man will ja auch ein bisschen Action drin haben wahrscheinlich. So, er hat sich jetzt hier für einen Vulcan entschieden, zusammen mit den Incinidary Bombs, also den Raketen, die Brand am Boden machen. Ich bin auch ein großer Freund inzwischen von frühen Vulcans, gerade auch mit diesen Waffen, wo ich die gerne ein bisschen später ausgebe, weil die halt auch extrem tanky sind. Also die haben hier beide 42.000 Leben, 37.000 Leben, aber er hat jetzt das Schutzschild obendrauf. Also, na gut, der hat jetzt umsonst freigeschaltet. Den kostet das auch nichts, die früh zu spielen. Ich persönlich hätte die sonst vielleicht später gespielt. Jetzt müssten halt hier mehr und mehr Antworten da drauf kommen. Seine Antwort ist jetzt ein Vulcan. Das hat mich jetzt überrascht. Also, da sind ja gar nicht so viele kleine Targets, ne? Und mit den Melting Points tankt man auch nicht besonders gut mit dem Vulcan. Also warum, jetzt nochmal der Strafe, warum macht er jetzt da einen Vulcan rein, frage ich mich links und rechts. Das hat mich jetzt überrascht. Eventuell hat er erwartet, dass eine Konter zu seiner Konter kommt, die die Standard-Konter wäre. Ich weiß es nicht. Aber sehr riskant auf jeden Fall gewesen, zwei Vulcan zu spielen, wenn der Gegner zwei Melting Points hat. Wir können ja mal gucken, ob das jetzt aufgeht, die Rechnung. Ich kann es mir kaum vorstellen. Also vielleicht hat er gesagt, die Adler reicht aus, um die Melting Points kaputt zu machen. Und die Vulcan tanken halt dann so weit, dass die Adler eben auch ihre Arbeit machen kann, dass er diesen Wettbewerb bis da eingegangen ist. Und vielleicht klappt das sogar. Im Moment tankt der Adler da hinten. Und seine Adler hat den ausgeschaltet. Also es scheint aufzugehen, die Rechnung. Auf beiden Seiten. Also ist aufgegangen. Ast rein aufgegangen. Hat die Vulcan wirklich zum tanken geholt. Trotzdem die kurze Frage. Hätte er auch was anderes zum tanken holen können. Fortress, Melting Point. Weil die auch mehr Leben haben. Gerade beide haben mehr Leben als der Vulcan. Aber das Kleinfieh musste er wegräumen, damit die Adler auch wirklich in die Backline schießen kann, in die dicken. Also da war der Vulcan genau der richtige Call anscheinend gewesen. Hätte ich nicht erwartet, aber der Volk gibt ihm ja recht. Und jetzt sieht man es halt auch. Warum? Also schöner Move gewesen. Wäre ich beim besten Willen nicht drauf gekommen, in dem Moment einen Vulcan zu bauen. Und er muss den ja auch freischalten, noch teuer. Beide haben übrigens dieses Missile Device genommen für 300% mehr Schaden. Also 12.000 Schaden machen die dann, glaube ich, die Missles. Wird ich sagen, glaube ich, nicht angezeigt. Also 6.000 sind normale Schaden. Also dann mal 3 nochmal obendrauf oder wie? Also 18.000 Schaden dann. Da kann man schon einiges kaputt machen. Es wird sehr kompakt langsam auf beiden Seiten. Auch nochmal ein Schild draufgepackt, um eine Art und Weise abzufangen. Aber das ist natürlich, ne, das geht auf sein Einkommen. Also 200 jede Runde für Schilde ausgeben, das macht sich schon irgendwann bemerkbar im Einkommen wahrscheinlich. Das eine ist aber umsonst, das ist nur 100. Vorne haben wir den Orbital Bombardment. Er hat hier unten den Mustang verkauft. Er macht wohl keine Bedeutung mehr dafür da gesehen. Hier vorne wird man so ein einzelner Trupp ausgeschaltet. Der Crawler, der da durchläuft, würde halt hier die zu sehr ablenken wahrscheinlich, inklusive der Artillerie ablenken, obwohl die immer noch abgelenkt wird. Also die Artillerie im Norden scheint mir nicht so ganz effektiv im Moment zu sein. Die im Süden dagegen ist der absolute Brüller. Hat sich sogar ein Overlord geholt. Bedenkt, dass er die umsonst freischaltet. Also er will jetzt einfach Vielfalt in die Armee reinbringen, was ihn jetzt nichts kostet. Und dann muss der Gegner halt Lösungen dagegen finden. Hat sich jetzt hier für Brandraketen entschieden in der Artillerie. Oder wo kommt das Feuer her? Aus dem links kommt das raus. Also er will den Boden abbrennen, wo die Dinger drinstehen. Was ja auch sehr effektiv sein kann. Weil man dann, die haben ja viel Leben und haben ja viel Flächenschaden. Ja und das geht auch erst, wobei das nicht durch das Feuer gestorben ist. Aber die Masse, die er jetzt hier vorne hat, das könnte jetzt aufgehen. Das ist ein bisschen knapp. Diese Runde lief nicht gut. Für den Süden. Aber er hat noch so ein Luftschiff. Und es gibt glaube ich keine einzige Luftabwehr. Also so den Fangs da hinten. Und da ist natürlich die Frage, ob die Fangs wirklich zum Schießen kommen. Die stehen so nah am Vulcan dran, dass er die wahrscheinlich gleichzeitig auslöscht. Also es wird wieder an den Süden gehen, die Runde, denke ich mal. Der fliegt erstmal den ganzen Weg nach oben. Die Ruhe weg. Die Adlerie räumt sich vielleicht alleine im Süden weg. Das sind halt zwei Batterien, die da stehen. Sturmcaller. Ja, der gewinnt das auch alleine. Der braucht seinen Overlord gar nicht. Also Süden hat wieder eine Runde gewonnen. Da läuft irgendwo ein einzelnes Vieh rum. Da ist er. Ne, war tot. Also er räumt richtig auf. Er hat 4000 Leben gegen 1400. Also kann ich nicht aussprechen. Gegen den kann ich nicht aussprechen. Scheint er stark zu führen. Beide Missile Strike genommen. Einfach um eine Batterie Adlerie auszuschalten. Oder in dem Falle zwei, wenn es geht. Hier hinten holt er sich einen Fang. Wahrscheinlich einfach nur, weil er sich sicher ist, dass dann Schilde hier vorne an der Adlerie wären. Was ja auch sicher ist. Hier müssen eigentlich auch sicher Schilde hochgehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf Schilde verzichtet hier im Süden. Gerade wo er die Karte selber gezogen hat. Das wäre der helle Wahnsinn. Also da müsste jetzt eigentlich schon ein Schild auftauchen. Und da würde die Leere gehen. Und hier oben kriegt er zumindest einen Fang abgeknallt. Er hat sich jetzt hier für Mothership entschieden, um Wespen zu spawnen von den beiden. Hat auch drei davon. Das heißt, er würde jetzt in der Backline wirklich ganz viele Wespen zum Spammen bringen, damit die die Melting Points beschäftigen. Er dagegen hat sich für EMS entschieden. Und Reichweite. Möchte also alle Fähigkeiten ausmachen, die hier vorne kommen. Hier vorne sind tatsächlich aber keine Fähigkeiten. Er hat hier nichts an bei keiner Einheit. Und die da hinten trifft er ja nicht damit. Uh, das ist eine Sandeseite. Ja, meine Batterien leben natürlich. Wobei. Nein, guck dir das an. Das hat funktioniert. Er hat mit der Raketensalve das Schild ausgeschaltet. Und dann hat er alle Adelriede nachbekommen. Da war irgendwie so eine hundertstel Sekunde Zeit zwischen. Was für ein geiler Schuss. Also dass er wirklich mit der Batterie die erste Salve das komplett runter holt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das trifft. Aber er hat alle, er hat zwei ganze Batterien ausgeschaltet. Was natürlich extrem wichtig ist. Weil die braucht ihr, um diese dicken Dinger zu runter zu grinden. Ähm, ja. Das ist natürlich jetzt die Runde. Wird jetzt für den Norden höchstwahrscheinlich gewonnen. Mal gucken. Es sind noch Wespen über. Es kommt immer drauf an, wann die spawnen. Jetzt habt ihr gesehen. Der hat hier schon den Laser gelockt mit dem Overlord. Und dann kam die Wespe. Und deswegen ist der Overlord dann trotzdem gestorben. Hier kamen die Wespen halt, bevor der gelockt hat mit dem Overlord. Und das ist immer eine Wundertüte. Weil die spawnen gleich nochmal mehr. Also der eine muss jetzt alle gleichzeitig töten. Das sieht jetzt nicht so aus. Okay, es klappt. Es leben aber noch zwei Wespen, die eigentlich leben. Und dann noch ein paar Fangs. Also er hat das jetzt im Norden gewonnen, denke ich. Aber dieses Spawn mitten im Kampf ist schon eine sehr starke Fähigkeit. Gerade gegen die Melting Points. Also eine sehr knappe Runde gewesen. Aber eben auch nur knapp, weil er so schön die Adlerieder bekommen hat. Beide Batterien. Mit dem Schlag, der jetzt auf drei Runden cooldown ist. Also die Salve, die da reingegangen ist, die erste. Ich habe das jetzt gar nicht richtig mitbekommen, wieso die so gut getroffen hatte. Das kann doch unmöglich die Adlerie gewesen sein. Das kann doch gar nicht. Die kommt doch gar nicht da hinten hin. Wie hat er das denn gemacht, letzte Runde? Ich müsste nochmal zurückspulen. Ihr könnt das ja jetzt im Video machen. Aber wie hat er denn das Schild ausgeschaltet, wenn die Adlerie gar nicht da hinten hinkommt? War das so weit vorne, das Schild, dass sie doch noch getroffen hatte? Als sie denen anvisiert hat? Nee, das kommt vom Timing vorne hinten nicht hin. Waren das die Vulkenraketen, die da vorne eingekracht sind und das ausgelöscht haben, das Schild? Also hier von beiden Seiten vielleicht die Vulkenraketen sind da reingegangen. Oh, ich muss gleich mal wieder zurückspulen. Das kann man hier leider im Replay nicht. Also ich weiß nicht, wie der Schild so schnell wegbekommen hat. Im Süden hat das offensichtlich auch überrascht. Hat jetzt eine Adlerie hier verkauft, wenn ihr mal hinguckt. Also ich finde die eigentlich sinnvoll, die Adlerie, auch wenn sie gefährlich da stand. Ich hätte sie jetzt nicht verkauft, aber vielleicht will er nicht jede Runde in den Schild da hinpacken. Weil was immer da war, vielleicht werden sie die Raketen der Schild wegräumen. Er denkt, er kann das sich nicht leisten, jede Runde in den Schild da hinzuflanschen, denke ich. Also es können ja nur die Raketen dann gewesen sein von dem Ding. Oder die EMS-Raketen waren sie, das instant ausgeschaltet haben. Oder die Kombination von Allraketenwerfern. Das ist ja ein richtiger Raketenspam da oben. Hier oben ist der richtige Strafing-Rand, also hier unten. Der will hier einmal querfliegen. Das heißt, er wird unendlich viele Wespen spawnen. Die Frage ist, lohnt sich das, die wirklich zu spawnen, die Wespen, wenn der Rest der Armee dann ohne die Kanone von denen kämpft? Er ist ja auch in der Meinung, ja. Das waren sicher die Brandfaketen eben. Turmbombe! Aber der Strafing-Rand wirklich mit seinen Schlachtschilden hier einmal links über die Map drüber. Er kriegt also nochmal da eine Abteilung Wespen raus. Aber der Rest kämpft halt Unterzahl deshalb eine Zeit. Und die Rechts hat er auch verloren, die Kronen deshalb. Aber er sagt sich wahrscheinlich, er will einen großen Wespen-Schirm haben. Weil das die Melting-Points das Einzige ist, was ihm halt den Kampf wieder gewinnt. Er wird gleich noch eine zweite Salve Melting-Points haben. Und entsprechend wird er sich hier dumm dämlich schießen, der Kamerad. Also er sollte diese Runde dann gewonnen haben, oder? 1.500 Leben. Wenn die alle überleben, das sieht danach aus, dann hat das. Vier Stück ist 1.600 Schaden. Also ich denke, er hat das gewonnen. Das ist dann noch eine Liebuff. Also die Strategie mit den Wespen-Sporen, also zu strafen, ist voll und ganz aufgegangen. War anscheinend ein hervorragender Move gewesen. Und damit hat er das auch gewonnen. Also was für ein Spiel. Da war wirklich alles drin gewesen. Und ich spule es gleich mal zurück und gucke mal, wie zum Teufel er das Schild da eben ausgeschaltet hat. Also das, der helle Wahnsinn. Das können nur die Raketen gewesen sein. Ich check das mal eben in meinem eigenen Replay sozusagen. Ja, das waren wir für zwei der besten Spieler der Welt derzeit. Mit sehr originellen Ideen. Mit strafen, mit verkaufen, mit einfach allem, mit verzögern. Also da ist wirklich alles bei gewesen. Ganz, ganz schön zum Angucken. Frühe Giants, unten, späte Giants kann man ja im Vergleich sagen. Dann das, wo den Vulcan der Move gespielt hat. Nur zum tanken im Grunde genommen. Ganz herrlich zum Angucken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao. Vielen Dank.